Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Bitcoin bei 22.440 US-Dollar. Ihr seht, es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Wir sind 20 Dollar höher als gestern. Es hat sich rein gar nichts getan. Der Markt blickt gespannt auf die heutigen Ereignisse. Wir haben einiges zu besprechen, was Newslage angeht. Außerdem, was natürlich Trade-technisch auch angeht. Was hat sich getan? Wir werfen wie immer einen Blick auf Bitcoin, auf Ethereum, auch auf unsere anderen Trades wie Polkadot und Cardano. Blicken wir mal ganz kurz rein, ob sich hier möglicherweise was getan hat. Doch bevor wir starten, Freunde, lasst dem Video wie immer gerne einen Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Gerne natürlich auch den Zweitkanal abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, ansonsten Telegram-Gruppe join und natürlich auch der BingX-Competition. Diese Woche gibt es eine Menge zu gewinnen. Ihr habt die Möglichkeit bei einem Quiz sogar. Es gibt ein Poker-Turnier da. Also gerne BingX abchecken. Die Telegram-Gruppe werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und wer noch nicht da ist, gerne meinen Partner abchecken. Link unten in der Videobeschreibung. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit dem Video. Ich habe jetzt genug Werbung gemacht. Wie gesagt, momentan bei 22.440 US-Dollar. Ihr seht, die Range wird hier nach oben hin immer ein bisschen torpediert. Wenn man das so sagen darf, keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet. Hat mir jetzt irgendwie gefallen. Aber an sich wenig Veränderung. Klar, wir hatten gestern so eine kleine Abverkaufscandle. Die wurde sich dann jetzt in der laufenden Nacht nochmal ein bisschen gefischt. Aber ansonsten tut sich hier überhaupt nichts. Und woran könnte das liegen? Wir haben heute um 16 Uhr, wer den Wochenausbild gesehen hat, um 16 Uhr spricht der FED-Vorsitzende Pole. Darauf wird gespannt gewartet. Was sich hier tut, könnten wir hier möglicherweise bearish-News kommen oder sogar bullish-News. Ganz ehrlich, ich bin weiterhin ehrlich gesagt eher davon überzeugt, dass wir hier ein bisschen Liquidations-Candle ziehen. Und das entweder davor oder während dieser Rede, dass wir hier möglicherweise erstmal impulsiv nach oben hin ausbrechen. Zumindest hier oben in dieser Range, wo wir eben drüber gesprochen haben, bei 23.000 US-Dollar in unser Golden Pocket, in die Ineffizienz, in das Void. Also wie viele Fachbegriffe es gibt, keine Ahnung, ihr wisst Bescheid. Dass wir hier oben erstmal dann durchbrechen. Unsere Longtrades laufen weiterhin bei Bitcoin. Ethereum kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ja, sobald Pole dann redet und es ein bisschen negativ ist, dass wir nochmal nach unten dampen. Und ich sehe weiterhin ganz ehrlich die Möglichkeit, dass wir erst einmal Richtung 21.500 US-Dollar kommen. Das ist dieses Level, wo wir gestern schon mal angesprochen haben. Hier unten dieser Wig, den es hier noch zu füllen gibt, beziehungsweise diesen Schatten. Und wenn es ganz, ganz beschissen läuft, dass wir immer noch Richtung 18, 19k nach unten hinfallen. Das ist weiterhin dieses große Level, wo ich eventuell auch nochmal Spot nachkaufen würde. Weil momentan laufen einfach nur die Sparpläne. Ich taste momentan gar nichts mehr, was HODL-mäßig angeht. Weder bei Altcoins noch bei, sag ich mal, bei Bitcoin oder Ethereum irgendwas an. Momentan, ich warte einfach auf die richtigen Ereignisse. Und wie gesagt, hier unten liegt einerseits ein CME-Gap, was wir noch haben bei den 19.900. Wir haben das Golden Pocket hier unten liegen zwischen 19.4 und 19.7. Und ja, hier hat der angebliche Binance BUSD-Pump angefangen. Das heißt, wir haben hier unten ein riesiges, signifikantes Level, auf welches es in den nächsten Wochen ankommen könnte. Und nochmal getestet werden könnte, in Anführungszeichen. Ich würde jetzt auch hier, wie gesagt, nicht meinen Arsch drauf verwetten, dass wir hier eben nochmal hinkommen. Aber die Möglichkeit bestünde einfach. Und deswegen warten wir jetzt hier einfach mal ab. Momentan, wie gesagt, der Abtrend hält auf dem Daily-Time-Frame. Darum müssen wir uns erst einmal keine Gedanken machen. Trotzdem, heute enorme Vorsicht. Was sagt Pole um 16 Uhr? Könnte da irgendwie irgendwelche relevanten News entstehen? Aber wie gesagt, ich warte jetzt erst einmal ab. Die Long-Position läuft mit Stop-Loss unter diesen 21.500 US-Dollar. Kann natürlich sein, dass der gnadenlos ausgestoppt wird. Aber dieses Risiko besteht halt momentan. Erster Take-Profit haben wir gestern schon drüber gesprochen. 05er 400 Retracement Level bei 22.980 US-Dollar. Kurz davor würde ich einen Take-Profit setzen und dann auf jeden Fall Stop-Loss-Entry machen, um uns hier gegebenenfalls abzusichern. Aber meines Erachtens nach, das sollte noch gefüllt werden. Danach wird es interessant. Entweder wir brechen durch mit Bestätigung und setzen den Abtrend Richtung 26k fort. Oder wie gesagt, wir brechen hier komplett nach unten hin ab und fallen erstmal in Richtung mindestens 21.500, wenn nicht sogar 18.90k. Aber das wird dann heute Abend oder heute Nachmittag um 16 Uhr entschieden werden. Gut, dann der Blick rüber zu Ethereum. Hier hat sich auch nichts geändert. Ihr seht, die Range läuft weiterhin. Mein erster Take-Profit wurde leider noch nicht abgeholt. Immer noch um 0,5 Cent. Also US-Dollar-Cent wurde hier der Take-Profit nicht abgeholt. Es pisst mich komplett an. Ich habe heute früh, gestern hier den ersten Take-Profit verpasst, weil der erste Take-Profit liegt bei 1.585. Ja, jetzt wieder nicht. Also es hat sich hier in der Position nichts geändert. Aber auch hier seht ihr einfach riesige Seitwärts-Range. Wir haben hier das gleiche Szenario wie bei Bitcoin oben das Golden Pocket. Wir haben die Ineffizienz, das Void. Ihr wisst es, Freunde. Wir haben hier oben einfach viel zu viele Lücken noch zu füllen, die es zu füllen gibt, meines Erachtens nach. Nur, dass wir bei Ethereum eben hier die Chance haben, zumindest noch in dem Bereich der 1.640 vorzustoßen. Weil wir hier oben eben nochmal so eine kleine Ineffizienz in diesem Bereich hier oben haben. Das heißt, erster Step wäre das Golden Pocket für den Take-Profit. Beziehungsweise unser Take-Profit liegt hier unten. Aber ich sage jetzt mal für den größeren Take-Profit hier oben. Und dann sollten wir hier durchstoßen. Sollte Bitcoin dann in Richtung, sage ich mal, Golden Pocket gehen, kann ich mir Ethereum eben sehr, sehr gut vorstellen, dass wir in diesem Bereich hier oben der 1.640 US-Dollar vorstoßen. Sollte die ganze Sache negativ sein, könnte Ethereum, sage ich mal, ein größerer Crash bevorstehen. Einerseits, wir haben unser Level, wie gesagt, hier unten bei den 1.520 US-Dollar, wo ich auch weiterhin immer noch ein Long-Szenario sehe. Das Einzige, was mich halt ein bisschen betrübt, ist ein bisschen die Sache, wir hatten unsere paar Abverkaufswellen, sage ich mal hier. Nummer drei hatten wir eben schon. Und jetzt diese langen Konsolidierungsphase, wo wir jetzt auch sagen könnten, okay, wir haben jetzt so eine Art Bear-Flag, würde uns dann halt im Endeffekt, wenn wir das jetzt mal einzeichnen, ihr wisst, ich trade überhaupt nicht danach. Aber setzen wir das jetzt mal einfach ein bisschen pessimistischer an. So mit dem bearischen Szenario, dann würden wir genau hier unten in die 1.440 US-Dollar-Region eben reinkommen. Und genau hier unten liegt eben auch noch so eine kleine Lücke. Das würde dann wiederum zu Bitcoin mit den 19 bis 18k ungefähr passen. Also passt einfach auf heute. Ich kann mir große Volatilität vorstellen, ob wir jetzt dieses Ziel hier unten jetzt schon erreichen. Ganz ehrlich, glaube ich ehrlich gesagt momentan nach jetzigem Stand noch nicht. Nicht mal Silvergate hat jetzt irgendwie was ausgelöst. Trotzdem Vorsicht, Bestünde. Und dieses Ziel hier unten, da bleibe ich erstmal bei den 1.440 US-Dollar stehen, dass dieses nochmal getestet werden könnte. Auch hier würden wir dann eine riesige Seitwärts-Range, also ihr seht jetzt schon, diese Seitwärts-Range beginnt schon seit 13. Januar. Also knapp zwei Monate befinden wir uns hier in einer sehr, sehr großen Akkumulationsphase, wo sich wenig gännet. Trotzdem dieser Bereich von 1.440, über den wir schon seit Wochen, oder man kann schon sagen Monaten sprechen, weil es ja schon zwei Monate sind, kann man ganz ehrlich so sagen, glaube ich einfach noch, dass das gefüllt wird. Also ich bezweifle, dass diese Lücke hier ungeschlossen bleibt. Aber wie gesagt, es wäre dann auch wieder so ein kleiner Bereich, wo ich eventuell nochmal Spot einsteigen würde. Aber wie gesagt, da warten wir jetzt erstmal ab, was der heutige Tag und natürlich auch die nächsten Stunden für uns bringen. Gut, dann blicken wir rüber zu Polkadot. Auch hier wenig Veränderung seht ihr, Trade weiterhin läuft. Warum die Linie hier unten draußen ist, ist jetzt wurscht. So, da liegt momentan der Stop Loss. Warten wir auch mal ab. Hier gibt es nichts Neues. Schauen wir auch mal rüber zu Cardano. Hier warte ich auch weiterhin, dass wir unser Lower Low noch fischen. Das hat er auch momentan noch nicht gemacht. Also ihr seht, der Markt wartet gespannt auf den heutigen Tag. Bin ich gespannt, ob da wirklich ein bisschen Bewegung reinkommt. Wir bilden hier mittlerweile bei Cardano deutliche Bullish Divergences auf den 1 Stunden Timeframe. Zumindest würde ich aber, wie gesagt, nicht zu überbewerten. Gut, dann noch ganz kurzer Blick zu den News. Was tut sich da? Kryptowährungsbörse, Bybit und Mastercard kündigen die Einführung einer Debitcard an. Gestern hat schon jemand in die Gruppe geschrieben, oh, kann ich mir noch eine Debitcard holen? Also mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass die Kryptobörsen hier überall Debitkarten anbieten. Ich persönlich werde es nicht in Anspruch nehmen, weil ich nicht mehr bei Bybit bin. Ich bin eigentlich auch nicht mehr bei Binance. Ich warte jetzt wirklich noch, dass die ELT-Card, wer das Video abchecken will, ELT, also Eternal Live, habe ich schon mal, ich glaube, 1 oder 2 Update-Videos. Wird mal, glaube ich, wieder Zeit, weil es hat sich einiges getan. Das ist die einzige Karte, die ich mir zukünftig holen werde. Und Renegade, wenn das dann mal live ist. Und ansonsten, ey, diese ganzen Debitkarten irgendwann ist auch mal gut. Aber gut, wer die Börsen nutzt und seine Bitcoins oder sonstiges verkaufen will, why not? Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, gerne Like da lassen, Abo da lassen. Ja, später kommt noch ein Quant-Update-Video. Könnt ihr euch drauf freuen heute Nachmittag. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns später wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Zweitkanal abonnieren. Und ja, bis zum später Altcoin-Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.